Moin, mein Name ist Thomas Malz von t.malz Immobilien und wir möchten Ihnen heute ein Einfamilienhaus vorstellen mit Einliegerwohnung, nicht weit von Flensburg und Harrisley entfernt, ganz nah an der Dienischen Grenze und in nur wenigen Fahrradminuten an der Flensburger in Förde. Konnten wir Sie mit diesem Video neugierig machen und Sie möchten weitere Informationen, eine Online-Besichtigung oder eine Live-Besichtigung vor Ort, dann kontaktieren Sie unser Büro in Saadrup. Wir sind gerne für Sie da! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020